Hallo und herzlich willkommen beim Kreisverband Böblingen. Wir zeigen euch heute mal, was wir so drauf haben. Kommt mit! In unserem Kreisverband sind über 500 Jugendrotkreuzler in 34 Gruppen aktiv und werden dabei von über 90 Gruppenleitern betreut. Wir sind nicht nur zu dritt. Sondern haben zwei hauptamtliche Mitarbeiter, die unter anderem 54 Schulsanitätsdienstgruppen betreuen. Und das hier ist der Bruno. Und der Bruno ist unser wichtigster Mitarbeiter. Denn der zeigt euch jetzt die eigentliche Besonderheit unseres Kreisverbandes. Nämlich die vielen verschiedenen Ortsvereine. Seid gespannt! Wir sind der Ortsverein Holzgerlingen-Altdorf. Und wir haben sogar zwei Orte. Holzgerlingen und Altdorf. Wusstest du, dass unsere Gruppenleiter jährlich das beste Pfingstlager organisieren? Und um unsere Fahne auf dem Pfingstlager zu klauen, musst du erstmal unsere ganzen Fallen überwinden. Denn wir sind der Ortsverein mit Technik und Sicherheit. Wir sind der JLK vom Ortsverein Wirbling. Wir sind der JLK vom Ortsverein Wirbling. Und das ist unser Projekt. Und wir sind der JLK vom Beeren-Hospital. Und mit unserem Beeren-Hospital bringen wir auch schon den jüngsten Kindern die Erste Hilfe bei. Denn für Erste Hilfe gibt es kein Mindestalter. Und so lernen auch Sie schon den Umgang mit den letzten Patienten an den Seller-Tippen. Hi Bruno, hier aus Walderstadt, wir kochen sehr gerne. Denn gesunde Ernährung ist uns wichtig und macht uns auch Spaß. Ob in Feldküche oder online, wir sind gemeinsam dabei. Hallo Bruno, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im YouTube-Quest in Markstadt. Hier befinden wir uns in unserem Gruppenraum. Hier treffen sich unsere Kinder und Jugendliche immer dienstags. Lernen etwas über Erste Hilfe, die Rottkreuz-Geschichte oder haben einfach Spaß. Und weißt du, was das JLK zweimal im Jahr verkauft? Like Caralangos. Und Bruno, willst du mal wissen, wie das funktioniert? Na dann kommt mal mit. Und wie schmeckt's? Super. Und hier aus dem Ort gerne verabschiede ich mich. Ciao. Das ist unsere Jugendliche Kreuze. Und heute zeigen wir dir, was unsere Jugendliche Kreuze besonders macht. Das ist unsere Winterlinde, die wir damals im Jugendliche Kreuz mit langsam haben. Weil du dich fragst, wie sie heißt, sie heißt Kurt. Und wieso heißt sie Kurt? Weil unser Gründungsbefehl vom Jugendliche Kreuz ebenso Kurt heißt. Und die haben wir 2016 gepflanzt zu der JLK-Kampagne. Klima-Helfer, ändere was, bevor es das Klima sieht. Ist quasi das Symbol für unseren Schattenspender. Also Bruno, wir hoffen, es hat dir bei uns im Jugendkreis Steinbronn gefallen. Besucht uns doch einfach mal wieder. Tschüss Bruno. Wir hoffen, euch hat der Überblick über unseren Kreisverband gefallen. Und wir würden uns natürlich freuen, euch als Gäste bei uns mal begrüßen zu können. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.